Servus und herzlich willkommen zum heutigen Quant Update von Trading on Air. Wir haben euch gestern in der Telegram Talk Gruppe nochmal gefragt, ob ihr nochmal ein Video zu Quant haben wollt, wenn wir der Meinung sind, dass die Korrektur wirklich unmittelbar bevorsteht. Und das sehen wir jetzt, das heißt heute nochmal ein Quant Warnvideo an jeden Investor, denn anhand unserer Analyse hat Quant jetzt fast gar keine Luft mehr nach oben und wir sehen die Korrektur als wahrscheinlich, denn das sehen wir auch auf den kleineren Timerams, und dass da auch hier die ganzen Elliott-Ware-Accounts jetzt zu Ende gehen und damit auch der ganz große übergeordnete Account hier zu Ende geht. Und damit, ja, wie immer, wenn dir der Content gefällt und du es natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTuber all gut zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, gehen wir rein. Quant Marktkapitalisierung bei 2,4 Milliarden US-Dollar mittlerweile schon. Wir sehen es hier, ja, wieder mit fast 10% im Plus die letzten 24 Stunden und Platz 28 der Marktkapitalisierung mittlerweile. Richtig, richtig krass, was hier bei Quant Up geht und das schauen wir uns jetzt auch gleich im Chart an. Gehen wir auf den 4-Stunden-Time-Ram und, ja, gehen wir erstmal für die ganz Neuen, die jetzt auf unserem Kanal sind, erklären wir nochmal den Short-Term-Account. Wenn euch der gesamte Account interessiert, könnt ihr gerne das Video abchecken, haben wir in einem Video erklärt, wird jetzt auch oben eingeblendet. In dem Fall sind wir eben unserer Meinung nach hier in einer grünen Welle 1 nach oben retraced, in einer grünen Welle 2 nach unten, sind dann in dieser Welle 3 hier, beziehungsweise sind aktuell in dieser grünen Welle 3, die Ziele hat von mindestens 330 US-Dollar. Wir gehen aber davon aus, dass wir minimum die 420 US-Dollar in diesem Move erreichen, bin nicht sogar auch hier höher, denn wir sehen es, Quant performt hier ziemlich, ziemlich stark und demnach, ja, sind wir in dieser grünen Welle 3 und diese unterteilt sich ja wiederum in 5 Wellen und da haben wir unserer Meinung nach gerade die erste Welle hier gesehen, in rot gekennzeichnet und ja, da müssen wir jetzt eben schauen. Wir gehen davon aus, dass dieser Move hier ziemlich zeitnah sein Ende finden wird, denn wir sehen hier eine wunderbare fünfteilige Aufwärtsspielung, 1, 2, 3, 4, 5, diese Welle 5 und da können wir uns auch genauer reingehen und da teilt sich wiederum sehr, sehr stark und das haben wir euch auch gestern nochmal in die Telegram-Talk-Gruppe reingeschickt, beziehungsweise könnt ihr da auch gerne join, einen Link unten in der Videobeschreibung, genauso wie zur kostenlosen Telegram-Signal-Gruppe, so sehen da beispielsweise Signale aus, ganz wichtig, das sind unsere Trades, die wir nehmen, ihr müsst die nicht nachmachen, könnt die aber gerne nachmachen und es ist auch keine Anlagenberatung, ganz, ganz wichtig, aber wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung ist auch ein Trades-Register drin, alles ganz transparent und könnt ihr, wie gesagt, auch gerne join über die Zeit von Weg, ist das definitiv auch profitabel, aber könnt ihr euch alles selber anschauen, wenn ihr wollt. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz auf den Chart und demnach sehen wir hier diese fünfteilige Aufwärtsbewegung, die sich wiederum in eine 1, 2, 3, 4, 5 unterteilt. Wir haben es euch in diese Phase hier reingeschickt, hey, sieht nach einem Elliot-Wellen-Triangle aus hier, A, E, C, D, E und demnach haben wir unserer Meinung nach hier die 4 gefinisht und es trifft eigentlich das ein, was wir nochmal gesagt haben, dass wir ein Higher-High nochmal erwarten für Quant. Wir sehen jetzt hier einen schönen fünfteiligen Impuls, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, auch hier die Welle 5, der Welle 5, wer gerade im vollen Gang, beziehungsweise die Welle 5, der Welle 5, der Welle 5 in der roten Welle 1, das sehen wir hier, ist jetzt ein bisschen kleinteilig, aber umso kleiner man das zählt, haben wir auch gestern noch gesagt, umso unaussagekräftiger wird das, dennoch sehen wir jetzt, wie auf den ganzen kleinen Timeprames auch hier die Counts zu Ende gehen, was jetzt ganz, ganz wichtig wird, wieso wir der Meinung sind, dass Quant eben nicht mehr viel Luft nach oben hat, sehen wir, wenn wir eben hier das trendbasierte Fibonacci-Level anlegen, über die Welle, also uns die Welle 1 messen, hier mal auf den Startpunkt der Welle 2 legen, sehen wir, die Welle 3 ist kürzer als die Welle 1, und demnach, ja, darf die Welle 3 nie die kürzeste sein, deswegen können wir hier jetzt einfach uns nochmal das trendbasierte Fibonacci-Level rausnehmen, uns die Welle 3 hier bemessen und auf den Startpunkt der Welle 5 hier legen und da sehen wir, Quant hat Luft und da machen wir uns jetzt nochmal eine Box hier rein, Quant hat Luft bis zum 1er Fibonacci-Level hier oben noch, weiter darf Quant nicht extendieren, sonst ist dieser Account hier theoretisch invalide, klar, ein kleiner Wick darüber ist möglich, aber recht viel weiter wie die 207,6 Dollar, darf Quant hier nicht extendieren, sonst, wie gesagt, ist dieser Account hier nicht mehr zu rechtfertigen, aber wir sehen es auch hier schön, 1, 2, 3, 4, 5, wie gesagt, in dieser 5, wenn man es so nennen will, 1, 2, 3, vielleicht nochmal ein kurzer Rücksetzer mit nach 4, und dann der 5 hier irgendwo nochmal an die Trendlinie hier ran, könnten wir uns sehr, sehr gut vorstellen, aber das ist ein sehr, sehr krasser Pump und the trend is your friend until the end. Wir sehen jetzt noch keine richtigen Schwächezeichen hier von Quant, aber wie gesagt, wir müssen nach Wahrscheinlichkeiten gehen und da ist das einfach das wahrscheinlichere Szenario. Wir können uns auch hier mal das trendbasierte Fibonacci-Level über dieses 1, 2 Setup hier reinladen und jetzt muss ich schauen bei diesen kleinen Bewegungen, dass das auch wirklich genau hier angelegt ist und dann sehen wir, ja genau, dann sehen wir, dass wir gerade auch beim 4, 2, 3, 6er beziehungsweise in diesem roten Zielbereich hier wären. Hier kann es nochmal zum Rücksetzer kommen und dann nochmal zu dem leichten Higher High gegebenenfalls hier auf die 205 Dollar, was wir auch schon in dem Video von vorgestern angesprochen haben, dass für uns ein Bereich 195 bis 205 Dollar circa eben dieser Bereich ist, wo wir Quant dann eben aus Toppen sehen. Sind wir jetzt aktuell drin, das heißt, wir stellen uns jetzt hier hin und sagen, die Wahrscheinlichkeiten stehen dafür, dass wir jetzt diese starke Korrektur hier eben sehen. Wir können uns auch dieses Fibonacci-Level nochmal an diesen Lowpunkt der 4 anlegen. Sehen wir, hier kommt auch noch das 3, 6, 1, 8 da rein bei diesem Level, bei den 204 Dollar. Das heißt jetzt wirklich anhand vom Micro-Counting und anhand von diesem Elliott-Bellen-Count gehen wir davon aus, dass jetzt die Zeichen stark auf Korrektur stehen und Quant fast keinen Platz mehr nach oben hat. Ich glaube, müssen wir da die erste Bearish-Essigkeit Sequenz hier abwarten, aber wir können uns jetzt auch mal das Ziel anschauen, das wir dann eben erwarten für Quant und da ziehen wir uns das normale Fibonacci-Level hier mal von diesem Low hier, diese Welle 1 in Rot, also von dieser Welle 1 hier in Rot bis zum High quasi. Da müssen wir jetzt das Ziel etwas anpassen und quasi etwas bullischer machen, denn wir gehen davon aus, dass wir vom oder im Bereich des 0,5er Fibonacci-Levels runter bis zum 0,7, 8, 6er Fibonacci-Level hier irgendwo drehen. Dieser Bereich ist der Bereich des Golden Pockets gewesen, müssen wir jetzt auch etwas raufschieben, denn das ist der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass dieser mit einer Wellen-2-Korrektur eben angelaufen wird. Gut, das heißt, kurz zusammengefasst, wir gehen davon aus, dass Quant nicht mehr viel Luft hat, maximal bis zu den 207 US-Dollar, vielleicht noch ein kleiner Move auf die 205 Dollar, leicht wahrscheinlicher ist, aber das ist wirklich Micro-Micro-Micro-Counting, das heißt, da hat es nicht zu viel Wert drauf geben. Wir gehen davon aus, Quant hat gerade ausgetoppt an dem heutigen Tag, am 17. Oktober und wir gehen davon aus, dass wir eben diese Korrektur hier in dem Bereich 146 Dollar runter bis 112 US-Dollar sehen werden. Optimalbereich hier bei 132 bis zu den 126 Dollar, aber da müssen wir dann die erste bearish Sequenz hier eben abwarten, um sagen zu können, hey, in diesem großen Trendwendebereich ist beispielsweise an der Oberkante die höchste Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Bereich des Golden Pockets die höchste Wahrscheinlichkeit oder vielleicht sogar ganz unten die höchste Wahrscheinlichkeit. Das müssen wir abwarten, um das eben genauer bestimmen zu können. Da können wir jetzt nur sagen, Stand jetzt ist in diesem großen Bereich die höchste Wahrscheinlichkeit, aber um das dann genauer bestimmen zu können, brauchen wir einfach mehr Signale vom Chart, dass wir das genauer berechnen können. Aber da warten wir ab, lassen uns die Signale geben und genau, das soll es dann auch vom Quant Update gewesen sein. Ich schaue jetzt, dass es möglichst schnell online kommt, damit ihr da auch gleich versorgt seid, denn Quant ist gerade sehr volatil. Ihr seht, wir wurden jetzt schon wieder 2% abverkauft. Das heißt, wir bedanken uns schon mal für jegliche Art von Support, sei es Like, Kommentar, Abo oder auch gerne durch deinen Beitritt in der Telegram-Gruppe, würde uns auch mega freuen. Aber wie gesagt, sei dir freigestellt und in diesem Sinne soll es das wie gesagt jetzt auch gewesen sein. Wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Handelswoche und damit wir uns dann später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen zum Update-Video und diesbezüglich Trading und alles raus. Macht's gut. Ciao, ciao.